ja hallo zusammen da bin ich wieder mit meinem let's play zu june 2000 und genau beim letzten mal waren wir bei dem hakon hier und fahren jetzt bei mission 6 angelangt und wir hatten jetzt die erste mission gegen die orders fertig und jetzt geht es weiter gegen die orders freunde gut würde ich mal sagen fangen wir direkt machen hier gut du kämpfst wie ein hakonen damit hast du uns etwas zeit verschafft bevor die sadhuka landen unsere spione melden die orders weichen auf die bestattungsebene zurück pläne innerhalb von plänen schaut genauer hin die orders werden immer stärker sie schmuggeln exeanische waffen und liefern sie zu einem versteckten raumhafen auf der bestattungsebene was ist das ein deviator eine exeanische waffe die unter unseren truppen verwirrung und chaos sehen wird dass die krieger sich gegeneinander wenden auf dem weg zum raumhafen in diesem moment ihr müsst den raumhafen zerstören bevor der deviator uns alle vernichtet mein ort superfreund jetzt geht es los mit den scheiß deviatorn oh man sollte naja egal wir sollen auf jeden fall den raumhafen vernichten ja der imperator ist auch hier wieder im spiel und auch diese lady elara ist ja irgendwo drin verstrickt und ja orders entwickeln jetzt entwickeln jetzt den deviator man 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 okay wir kriegen die dicken rohre ist schon mal gut endlich den raumhafen endlich den raumhafen leute mission 6 so cool wir können uns jetzt endlich mal selber aussuchen wo wir den bauhof aufbauen das ist gut leute gut dann würde ich sagen guck erst mal hier ein bisschen wo das spice denn hier ist weil ich will nicht zu weit weg von dem spice sein genau den fehler hätte ich jetzt nämlich bald fast gemacht hier ist das weiß leute wir sind hier unten in der ecke saugut so ein bisschen weiter bauch so dann würde ich mal sagen ja bau dich mal auf so leute jo willkommen zurück hier bei june 2000 und freut mich dass wir wieder dabei seid hier wieder mit den hakon mission 6 machen direkt wieder so eine geile mucke im hintergrund hey richtig gut so fangen wir einfach mal an hier mit dem kraftwerk als erstes wieder ne genau leute ach ich habe so keinen bock auf die scheiß deviator nee das ist so bescheuert naja gut weil da geht es euch gut so weit geht es sehr gut ich nehme das jetzt an einem freitagnachmittag sogar auf ja ich habe einfach momentan ein bisschen viel zeit weil ich halt einfach seit zwei wochen oder so in quarantäne bin beziehungsweise in selbstquarantäne und ja deshalb zocke ich das jetzt mal zu einer anderen tageszeit hier so sehr gut wir können uns sogar mal ein bisschen in ruhe aufbauen ohne dass uns irgendeiner angeschissen kommt hier das ist doch schon gut und ohne dass uns irgendeiner nervt hier was habe ich gesagt wir können uns in ruhe aufbauen natürlich nicht natürlich nicht was kommt da wenn ich können okay na gut dafür kannst du die beiden panzer nehmen fahr einfach drüber dann ist gut einfach drüber fahren danach dann ist das kein problem mehr hier ja gut das kann man jetzt nicht so wirklich zählen als angriff ne können wir uns doch in ruhe aufbauen okay leute ja wie gesagt ich bin jetzt seit 15 tagen in eigenquarantäne wenn ihr das seht wahrscheinlich seit 18 tagen und ja es fängt langsam an nicht mehr schön zu werden aber ja meine güte was was ist da besser als tune 2000 nichts so maffinerie ist fertig baue ich direkt meine neue so speichern noch mal nicht dass es wieder abstürzt weil damit hatte ich auch probleme gehabt in der letzten folge ihr erinnert euch aber geht schon gut ja da können wir ein bisschen erkunden hier in ruhe ist ganz cool eigentlich und jetzt kommt wahrscheinlich wieder diese ordos musik ne ne doch nicht meine andere okay ich dachte dass wir immer dieselbe playlist aber ist es hier ja auch nicht gut dann erkunden mal ein bisschen weiter brauche ich noch mal die war das ist ärgerlich leute das ist jetzt richtig ärgerlich und der fährt jetzt wahrscheinlich darüber nein tut er nicht sehr gut ja dann kampfpanzer gegen wüstentruppen immer gut so dann ist das ja ganz gut was da gerade passiert ist wenn er nur mit zwei kampfpanzern kommt mein gott das kriegen wir auch noch hin hier ist viel kohle das ist ganz gut leute schaut euch das an überall spice hier sehr gut genau wie gesagt freut mich dass ihr immer wieder dabei seid ihr da ist wieder und wer schießt hier wieder wahrscheinlich auf dem wurm oder so ah nein was das ist okay okay perfekt direkt da so leute gut dann wow jetzt kommt aber jetzt kommt aber ordentlich und natürlich auf meinen sammler ist klar leute dann fahren wir rein hier los so macht den kaputt macht die kacke kaputt hier los du und den auch da noch mal so hier drauf und hier drauf weg machen alles weg machen hier los oh man so alles klar ja da kriegt man doch direkt schon wieder spaß hier hakon richtig gut so dann macht die kaputt los wir kriegen verstärkung ok aber der gegner kriegt auch welche nix da leute was kriegen wir raketenpanzer geil das ist geil putz sehr gut leute der kommt aber mit ganz schön was an hier der kommt aber mit ganz schön was an hier ja schon nicht ohne schon nicht schlecht ja so gut dann brauche ich als nächstes jetzt erstmal hier die kaserne wüstentruppen die über fahr ich mal eben schnell so ja wow hör auf lass meine raketenpanzer in ruhe man doch nochmal fahr doch das mannequin da platt meine güte so langsam wird es knapp hier wurmzeichen wo ist der wurm wow gar nicht mal schlecht hier so kaserne los ich brauche unbedingt einheit ne so leute aber das haben wir verteidigt also wie viel kommt denn da jetzt noch verdammt nochmal so cool wir kriegen wieder versteht der gegner aber auch das ist so bescheuert leute macht der mannequin da so fahr den kaputt los gegen zwei kampfpanzer was hat der gegner zwei kampfpanzer und jede menge manniken naja gut ok ich weiß nicht ob das ausreicht hier der raketenpanzer muss ich auf jeden fall beschützen so leute alles passt der raketenpanzer schießt noch einmal oh nein ach man leute scheiß würmer worauf soll ich denn jetzt noch alles achten verdammt leute man das ist doch blöd worauf soll ich noch alles achten hier ach verdammte kacke so rüberfahren los fahr da drauf fahr da einfach drauf so meine güte das ist doch nicht mehr feierlich ey so äh man ja ist schon krass hier das ist schon krass hier so neue raffinerie bauen na super das fängt ja schon wieder gut an hier aber das ging doch eigentlich bis jetzt also ganz gut gelaufen eigentlich finde ich na nein dieser scheiß wurm da man der hat mich schon einen sammler geklaut ja raketentürme haben wir noch nicht ne da muss ich halt die stinknormalen türme hier bauen ja na gut dann mach das mal ne nein nicht direkt wieder fressen lassen sammler ja nicht fressen lassen mit diesen scheiß stahlwürmern hier ey ja gut dann komm nach hause los lass dich nicht fressen um Gottes willen ey so boah ich brauche unbedingt türme hier unbedingt türme so weiter gehts Leute wow nicht schlecht Mann du dummer Wurm hier so wenn er gleich wieder erscheint ne und dann wieder ein Sammler frisst das wär scheiße ey wirklich kann das sein dass der irgendwie dauerhaft angegriffen kommt angeschissen kommt hier oh Mann Leute der will wieder auf meine Sammler ja ja der will wieder auf meine Sammler hier ja 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 ist gut Leute so Mann ihr vier Manniken hier macht man die Wüstentruppen da platt so jo das war's Alter das ist noch ein Weniken eine Güte so so dann weiter bauen los der Wurm erscheint hier gleich wieder ne und dann wird der Sammler direkt weg sein scheiße der kommt schon wieder ach wenn's nur das ist mein Gott ganz ehrlich da lach ich drüber so dann leichte Waffenfabrik zack Energie reicht Bus reichen was machst du denn da fahr doch hier unten rein so ok gut Leute erstmal unsere zwei Türmchen stehen und ja bisschen erkundet schon mal hier die Karte so groß ist die auch wieder nicht ne ich kenn die letzte Mission der Orles deswegen sag ich das Verstärkung eingetroffen der Gegner aber auch wieder ja ja das ist der Gegner kriegt immer Verstärkung wenn wir welche kriegen das ist so unfair Leute Raketenpanzer mhm da sind und noch einen Raketenpanzer und noch einen Raketenpanzer ok ja gut na dann neue Bauoption so ja gut dann fahrt eben über die Mannequin drüber dann macht ihr direkt mal da diesen Raketenpanzer kaputt so ja ja der will auf meine Raketenpanzer hier fahren kaputt machen ja ja so egal so das haben wir geschafft souverän würde ich sagen oh Energie ey Mann oh mein Handy hat vibriert egal Leute so dann Energie los wird gebaut wird gebaut na paar Einheiten sind wir mal sehr gut ähm ja brauche ich jetzt noch die Energie speicher das ganze ganz wichtig bevor es wieder abstürzt hier so Leute und dann ja können wir uns mal Schritt für Schritt hier wieder aufbauen so Leute ich hoffe ich habe jetzt mal ein bisschen Ruhe hier beim aufbauen so schwere Waffenfabrik zack so hier kommt die restliche Energie hin ähm ja dann werde ich gleich direkt Sammler bauen wenn ich die schwere Waffenfabrik habe und soll ich einen Strike bauen? komm ich baue mal einen Strike zum Erkunden warum eigentlich nicht? was soll denn der Geiz? und ja was macht ihr so? am Wochenende ist irgendwas geplant bei euch? ja was sage ich denn am Wochenende? es kommt ja am Montag die Folge habt ihr irgendwas die Woche geplant? ich nicht viel nach wie vor hier selbst Quarantäne machen und es geht wieder gegen den Imperator natürlich klar was auch sonst ein dickes Rohr ok was will er denn jetzt mit dem dicken Rohr hier? krass ok dann kommt jemand bitte hier unten rein so gut dann würde ich mal sagen das ist fertig Sammler und Upgrade ja das passt das passt Leute genau ah das ist noch eine Basis ok gut alles klar dann äh Energie brauche ich noch eine so hier kann man sich ja mal einigermaßen in Ruhe aufbauen ne ein bisschen erforschen noch ja warum eigentlich nicht musst du auch mal sein hier so Leute dann dritte Sammler ist im Bau sehr gut oh nein jetzt kommt er da schon wieder verdammte Kacke neue Bauoption so aber nur mit drei Trikes da das ist kein Problem sei denn der will wieder auf meinen scheiß Sammler hier ey man so reicht jetzt nein lass den nicht da rein man so so alles klar dann gehen wir da weg Strike wo ist mein Strike? das ist hier wo geht der denn hin? Geh doch hier hin lebensmüde ey wirklich die Sammler hier sind echt lebensmütig in diesem Spiel so ja soll ich hier erstmal einen Turm hin aber ich brauche halt mal unbedingt die Radarzentrale jetzt äh passt das denn mit da ist der Scheißwurm okay gut ey nicht stehen bleiben Leute gut der haut ab sehr schön der haut ab gut Leute so ist das gut so so muss das laufen okay gut alles klar ich hab so Paranoia gehabt wegen dem so was macht der denn da? hör auf zu schießen bist du verrückt? tsss fahr mal lieber hier unten hin tss meine Güte da will der echt Stress machen unfassbar tss wirklich ey scheiße jetzt hab ich die die hier am Arsch jetzt hab ich die am Arsch und jetzt haben was ist das denn hier? neutrales Gebäude aha neutrales Gebäude okay interessant ja dann pfff ja dann okay so zack gut dann haben wir jetzt mal ein bisschen so ein Standbein hier schon mal drei Türmchen richtig gut auch noch ein Sammler so damit wir ja keine Geldprobleme hier kriegen so das ist neutrales Gebiet auch interessant die wollen einfach nur Spice abernten holy shit boah da ist ganz schön viel da ja wenn der damit jetzt wenn der damit jetzt angeschiss kommt könnte es knapp werden so okay gut ja gut so direkt weg damit so Warnung ixianische Transporte oh nein Deviatoren ach verdammt die kriegen Deviatoren ey Mann ich hasse das Deviatoren sind so scheiße wenn die gegen einen sind ey Mann so nächste Sammler ist fertig vier Sammler haben wir jetzt so so haben wir jetzt einen Raumhafen wir haben den Raumhafen sehr gut den werde ich auch gleich direkt bauen ähm ja diese Energie so dann hoffe ich mal dass wir das jetzt hier hinkriegen ne Moment mit dem Raumhafen äh ich hab da ne Idee Manneken kommt mal her oh die geile Mucke hier die geile Mucke hier wieder so Leute dann ich hab nämlich hier so ne Idee für den Raumhafen dass wir den hier ein bisschen äh äh hier hin boah ey die Würmer die machen mir so ne Angst ne ohne Scheiß so Leute Raumhafen der Raumhafen ist die nächste Investition hier genau Wurm lass hab mal schön deinen Spaß da das ist ganz gut ja so Leute Buff und direkt Buff so genau sehr gut ok dann direkt hier zack Raumhafen da ah lass doch die Sammler in Ruhe Mensch der Stützbuch wird angegriffen so dann fahr da unten rein los so die gehen direkt kaputt pfff genau so Leute ja 5000 Alter nicht schlecht wir brauchen bald Silos geil gut dann gehst du mal hier hin Sammler kann ich nämlich gleich schön direkt vier Flugzeuge kaufen gar nicht mal so schlecht ja dass sie jetzt hier so viel Kohle haben ah der braucht so lange ne das ist irgendwie doof dass der Raumhafen so lange braucht naja ist aber irgendwie grad grad nicht zu ändern dickes Rohr ja gut komm die machen hier keinen Schaden gegen Türme das passt schon alles klar Leute gut dann aber hier den Raumhafen dann hier direkt 800 nur sehr schön doppelt geil jetzt hör auf man ist doch kindisch so ja 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 sehr schön Leute sehr schön direkt mal vier billige Flugzeuge gekriegt das ist doch schon mal geil danach kann ich auch direkt eine Lade und Einheiten kaufen so die Mäniken gehen wir schon mal hier hin so hier vier Türme oh scheiß Wüstentruppen dump nochmal so alles klar gut dann werde ich als nächstes die Hightech-Fabrik bauen und dann das X-Forschungszentrum jawoll Leute da so muss das sein so dann Hightech-Fabrik die haben wir hier 107% ich glaube das reicht wieder nicht von der Energie her naja egal so da kommen meine Flugzeuge Leute sehr schön perfekt direkt mal speichern hier so ich bin gespeichert genau da sind sie alle sehr schön sehr schön Leute vier Flugzeuge perfekt so muss das sein so ein bisschen entspannen hier und ja holen wir hiervon jeweils ein Bestellung Registrier genau so gut dann X-Forschungszentrum sehr gut ey wir können uns hier echt aufbauen das ist doch mal mega leis das ist doch mal mega gut jetzt ja das ist egal komm Quatt uff ist direkt kaputt so wir können uns hier echt aufbauen mega gut ähm was ist das denn da die wenigen stehen falsch so wie sie befehlt genau schön Nazi hier so Leute aber dann werde ich erstmal noch eine Energie brauchen geh mal da weg Raketenpanzer wir können direkt das da oben kaputt machen ja so dann Energie so sehr gut da kommen wir in die nächsten Einheiten eine Minute schön aggressiv oh man ja sehr gut dickes Rohr ne sehr gut sehr gut dann zack dann das X-Forschungszentrum Werkstatt packe ich hier oben hin und da kann ich noch eine zweite Waffenfabrik bauen das ist sehr gut Leute das werde ich definitiv auch machen und dann ist die Folge auch schon fast wieder vorbei Mensch meine Güte so 1 1 1 so Bestellung registriert was macht der denn das der fahr doch da oben rein so Leute Forschungszentrum Raketenpanzer sehr gut gut Leute alles klar dann würde ich mal sagen die Werkstatt kann ich direkt davor packen damit ich hier noch ein paar Türmchen hinbauen kann so Leute dann ah die Energie schon wieder das nervt mit der scheiß Energie eh wirklich ach Gott mach doch schneller eh da kommt wieder was nein Deviator verdammt eh jetzt ist es soweit jetzt geht es abgefackelos verdammt nochmal lass die ruhig hier gegen die Türme gehen ist kein Problem Leute dieser fuck Deviator da verdammte Scheiße lass den ruhig hier angreifen lass den ruhig hier angreifen ist kein okay das ist blöd so lass den ruhig die Türme angreifen nein was macht der Deviator denn da und schieße kaputt oh Gott sei Dank der will mir die Panzer klauen hier ja ja ich merke schon der will mir hier die Panzer klauen so jetzt kommt er das erste mal hier mit den Kackdeviatoren an direkt kaputt machen los mach die kaputt nein oh verdammte Hacke ja okay dann lass den mal blöd sein sehr gut sehr gut Leute der ist zum Glück blöd oh Gott sei Dank so ich brauch jetzt unbedingt eine Werkstatt die Angriffe werden heftiger so macht er jetzt jetzt kommt er hier hin alles klar dann lass den mal hier hin kommen so drei Einheiten bitte neue Anweisungen was macht der da ist der blöd tss was macht der denn da ey tss naja gut oh Sammler wo denn jetzt schon wieder nirgendwo okay meine Güte ey so dann hier oben Verteidigung aufbauen ganz wichtig scheiß Wüsten Truppen mach den kaputt ey der überlebt das der kann tatsächlich schießen das ist unfassbar so gut dann hier oben Verteidigung so weiter genau so hier oben vier Türme melde mich wie bevor wisst ihr was schickt die alle mal hier rein los und eins 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 so Leute ja ist gut was wieso das denn wieso hab ich hier kein Geld mehr hä äh naja gut dann pfff äh lass mich doch was ist denn jetzt hier los dann nochmal Manneken ohne Ende ey tss die wollen auf meine Kampfpanzer ja ja ich merk das schon tss so fahr den kaputt los uff so boah meine Güte so so natürlich Freunde genau zum Partende ist das Spiel abgestürzt ja gut Leute ähm dann würde ich mal sagen äh mit diesem Screen verabschiede ich mich bei euch und wenn es euch gefallen hat dann lasst doch gerne ein Like oder ein Abo da und äh ja dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag ne tschü 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 tschü